Kann ich in Mario Kart Double Dash im Babypark gewinnen, ohne Schaden zu nehmen? Und los geht's, der Babypark ist die chaotischste Strecke und ich muss jetzt allen Items ausweichen. Ich hole mir erstmal selber ein Doppel-Item, damit ich auch in die Offensive gehen kann. Und zack, sehr gut. So, die erste Runde haben wir schon überstanden und ich habe selber jetzt einige Panzer. Und da kam schon ein Ei an, aber ich habe es abgeblockt. Und da kommt eine rote, aber ich habe sie auch ablocken können. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, das ist klar. Weil hier kommen so viele Items angerauscht. Ich habe selber auch noch einen Bowser-Panzer, den ich nach hinten hauen kann. Der war nicht schlecht. Und gleich noch einer. Ich kann von dem auch selber getroffen werden, also ich muss ein bisschen aufpassen. Oh Gott! Ganz vorsichtig, okay, okay. Oh, da ist ein Stern, den will ich haben. Okay, Stern ist natürlich perfekt, jetzt kann ich erstmal keinen Schaden mehr nehmen. Wunderbar. Okay, Runde 5. Drei Runden fehlen noch. Und ich habe wieder ein paar Panzer und kann die nach vorne schießen. Und hoffentlich jemanden treffen, aber nicht mich selber. Alter, ist das so knapp alles. Okay, und die letzte Runde ist angebrochen und das herrscht pures Chaos. Überall gibt es tausende Items und ich muss noch irgendwie eine Runde überleben. Komm, komm, komm. Und hier ist die letzte Kurve, da ist die Zielgerade. Und, und, ja, geschafft! Sehr schön, das war Chaos pur. und, ja, wo auch noch nicht mehr anwender. Das war's.